Ein entzündungshemmendes Mittel, das als perfekte Lösung für alle Beschwerden angepriesen wird, könnte in Wahrheit zur tickenden Zeitbombe werden. Studien zeigen, dass die langfristige Einnahme von Ibuprofen schwere Schäden an der Magenschleimhaut verursachen kann. Diese Schäden führen oft zu schmerzhaften Geschwüren und inneren Blutungen. Während sie glauben, nur Kopfschmerzen zu lindern, zahlt ihr Magen einen hohen Preis. Und das ist erst der Anfang. Das erschreckendste ist, dass Ibuprofen mit einem erhöhten Risiko für Herzinfarkte und Schlaganfälle verbunden ist. Eine im British Medical Journal veröffentlichte Studie zeigte, dass die dauerhafte Einnahme das Risiko für einen Herzinfarkt um bis zu 31% erhöhen kann. Warum also meiden viele Ärzte dieses Medikament, wenn es nur irgendwie möglich ist? Weil sie die stillen Gefahren kennen Gefahren, von denen die meisten Patienten nie erfahren. Vielleicht fragen sie sich jetzt, wenn selbst Ibuprofen gefährlich sein kann, welche Risiken verstecken sich noch hinter den Medikamenten, die sie regelmäßig einnehmen? Es gibt noch verbreitete Teremittel, deren Risiken sogar alarmierender sind. Wenn sie schon jetzt darüber nachdenken, diese Medikamente nicht mehr einzunehmen, warten sie ab, bis sie hören, was Experten dazu sagen. Wissenschaftliche Untersuchungen und die Erfahrungen von Ärzten zeigen eindeutig, warum diese Mittel gemieden werden sollten. Eine umfassende Studie der American Heart Association ergab, dass die regelmäßige Einnahme von Ibuprofen das Risiko für Herzinfarkte und Schlaganfälle um bis zu 31% steigern kann. Das bedeutet, jedes Mal, wenn sie zu Ibuprofen greifen, um Kopfschmerzen oder Rückenschmerzen zu lindern, setzen sie ihr Herz einem erhöhten Risiko aus. Und wissen sie was? Die Ärzte wissen, dass Dr. Robert Allen, ein angesehener Kardiologe, erklärte, wir Ärzte verschreiben Ibuprofen selten für den langfristigen Gebrauch, da die kardiovaskulären Risiken jeden kurzfristigen Nutzen überwiegen. Und was ist mit Omeprazole? Eine weitere Studie, veröffentlicht im Journal of the American Medical Association, zeigte, dass die langfristige Einnahme von Omeprazole das Risiko für chronisches Nierenversagen verdoppeln kann. Ärzte wählen daher oft natürliche Alternativen oder kontrollieren Refluxprobleme auf weniger schädliche Weise, um die langfristige Gesundheit zu schützen. Diese Informationen werden weder in Werbespads noch auf den Packungen in Apotheken erwähnt. Warum? Weil Unternehmen Milliarden mit der täglichen Einnahme dieser Medikamente verdienen. Gleichzeitig vermeiden Ärzte und Spezialisten, die die Risiken kennen, den Einsatz dieser Mittel so weit wie möglich. Wenn selbst Experten mit ihrem Wissen und Zugang zu bester Gesundheitsversorgung diese Medikamente meiden, was sagt Ihnen das? Wenn es um die Sicherheit dieser Medikamente geht, fragen Sie sich vielleicht, was kann ich tun? Gibt es Alternativen? Die Antwort lautet, ja. Es gibt sicherere Lösungen, die viele Ärzte kennen, die jedoch selten offen angesprochen werden. Das nächste Medikament auf unserer Liste könnte sich bereits in Ihrer Schublade befinden und die Risiken sind alarmierend. Nachdem Sie nun die Gefahren von Medikamenten wie Omeprazole und Ibuprofen kennen, fragen Sie sich vielleicht, was kann ich praktisch tun, um meine Gesundheit zu schützen? Lassen Sie uns konkret werden. Ja, es gibt sicherere und effektivere Lösungen, die viele Ärzte kennen, die jedoch kaum verbreitet sind. Wenn Sie beispielsweise unter saurem Reflux leiden, greifen Sie nicht sofort zu Omeprazole, das, wie bekannt, die Nieren belasten und die Aufnahme von Nährstoffen beeinträchtigen kann. Warum nicht mit einfachen Änderungen Ihrer Ernährung beginnen? Der Verzicht auf säurehaltige und stark verarbeitete Lebensmittel zugunsten basischer Lebensmittel wie grünem Gemüse, frischen Früchten und ballastische frecher Nahrung kann nach und nach die Abhängigkeit von Antazider verringern. Trinken Sie morgens warmes Wasser mit Zitrone auf nüchternen Magen. Entgegen der Annahme vieler gleicht es die Magensäure aus und kann Symptome von saurem Reflux auf natürliche Weise lindern. Bei chronischen Schmerzen und Entzündungen, anstatt sofort zu Ibuprofen zu greifen, versuchen Sie es mit Kurkuma. Dieses starke, natürliche Mittel gegen Entzündungen wurde wegen seiner schmerzlindernden Eigenschaften bei Gelenkschmerzen untersucht, ganz ohne die kardiovaskulären Risiken, die mit herkömmlichen entzündungshemmenden Medikamenten verbunden sind. Viele Ärzte setzen auf Kurkuma-Präparate oder empfehlen antioxidationsreiche Lebensmittel als Teil eines präventiven Schmerzmanagements. Ein praktischer Tipp, das nächste Mal, wenn Sie Kopfschmerzen oder Rückenschmerzen haben, versuchen Sie, mehr Wasser zu trinken oder Atemübungen zu machen, bevor Sie zu Ibuprofen greifen. Schmerzen sind oft auf Dehydrierung oder angesammelte Spannung zurückzuführen. Diese einfachen Maßnahmen können überraschend effektiv sein, ganz ohne Nebenwirkungen. Doch die große Frage bleibt, warum werden diese natürlichen und sicheren Alternativen so selten empfohlen? Und warum werden Medikamente, die Ärzte selbst meiden, immer noch so häufig verschrieben? Lassen Sie uns tiefer eintauchen und das nächste gefährliche Medikament entdecken, das Sie möglicherweise unwissentlich nutzen. Bedenken Sie, jedes Mal, wenn Sie eines dieser Medikamente verwenden, zahlen Sie einen Preis und die Zeit arbeitet nicht zu Ihren Gunsten. Medikamente einzunehmen, ohne die möglichen Folgen zu bedenken, kann das Risiko für Ihre Gesundheit erheblich erhöhen. Was oft nicht gesagt wird, ist, dass Ihr Körper unsichtbare Schäden, die durch solche Medikamente entstehen, umso schneller heilen kann, je früher Sie damit aufhören und auf natürliche Alternativen umsteigen. Die wahre Gefahr liegt darin, weiterhin zu glauben, dass diese Medikamente harmlos sind. Neue Studien zeigen, dass sich die kumulativen Nebenwirkungen dieser Mittel mit der Zeit irreversibel ansammeln können, wenn keine rechtzeitigen Maßnahmen ergriffen werden. Menschen, die beispielsweise Omeprazole länger als drei Monate einnehmen, könnten bereits eine dauerhafte Beeinträchtigung ihrer Nierenfunktion riskieren. Je länger Sie zögern, etwas zu ändern, desto größer wird der Preis, den Ihr Körper zahlen muss. Es ist jetzt der richtige Moment, aktiv zu werden. Warten Sie nicht, bis Sie die negativen Folgen spüren, wie häufigere Schmerzen, extreme Erschöpfung oder schwerwiegende Komplikationen. Wenn sogar Ärzte bestimmte Medikamente meiden, dann gibt es dafür meist gute Gründe. Sie wissen, was kommen kann. Doch das ist noch nicht alles. Es gibt ein weiteres Medikament, das viele Menschen einnehmen, ohne zu wissen, dass es ihre Lebenszeit verkürzen könnte. Sie sollten unbedingt herausfinden, welches das ist. Nach all diesen Informationen fragen Sie sich vielleicht, warum nehme ich Medikamente sorglos ein, wenn sogar Ärzte vorsichtig damit umgehen? Denken Sie einen Moment nach. Wie oft haben Sie eine Tablette geschluckt, ohne das Etikett zu lesen oder die langfristigen Risiken zu kennen? Haben Sie sich jemals gefragt, ob Sie dieses Medikament wirklich brauchen oder ob das Problem nicht auch durch eine natürliche, sichere Lösung gelöst werden könnte? Und jetzt die entscheidende Frage, was verschweigt Ihnen die Pharmaindustrie noch? Wie viele der Medikamente, die Sie täglich einnehmen, könnten Ihnen mehr Schaden als nützen? Während Experten mit Zugang zu den besten Informationen diese Medikamente meiden, vertrauen Sie ihnen vielleicht blind. Da Sie sich jetzt der verborgenen Gefahren bewusst sind, die von diesen Medikamenten ausgehen und sichere Alternativen kennen, ist es an der Zeit, die Kontrolle über Ihre Gesundheit zu übernehmen. Wenn Sie in diesem Text wertvolle Informationen gefunden haben, bleiben Sie dran, um weiterhin wichtige Erkenntnisse zu erhalten.